Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helos TV. Es ist wieder soweit eine neue Challenge, es ist Sonntag, natürlich zusammen mit dem kleinen Danny. Hallo! Oder Kodiak, wie er sich ja schimpft. Ich wollte nochmal auf deinen Namen rumhacken. Zur Challenge, wir spielen No Abilities, heißt wir dürfen nur die Waffen uns basteln, diese benutzen, keine Bewegungsfähigkeit, keine Fertigkeit, Runen dürfen benutzt werden. Ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. War eine lustige Runde. Danny hat richtig gerockt. Schaut es euch an, genießt das Ding. Viel Spaß dabei. Have fun! Dann mal Lüste Kreuzung! Ich bin leider ein bisschen gedroppt mal wieder. Ja. Nichts anderes habe ich von dir erwartet mit deinen Talenten. Komm mal so ein halbes Minuschen später an. Du kannst es ja auf deine Krankheit schieben oder so. Ja, genau. Ich habe mal einen Darm. Ich bin so auf der Ort. Das ist mir so leid. Alles ist so fertig. Kicker vor mir. Ich bin. Ein Wuhn. Okido. Kicker down. Über mir ein Gegner. Oben im Haus. Ich habe einen Shredder in Epic. Oh nice. Über mir direkt im Haus ein Gegner. Ja, dann lass da rein da. Dann lass da rein. Ich habe rausgejumpt. Ich gehe von rechts ran. Hinter dem Busch glaube ich. Oh, da hat er den schönen Skin gehabt. Oh, je. Bände, ihr Chicken. Was geil ist, ich habe einfach eine geile Ruhe gefunden, wie du siehst. Ja, da hat er schon wieder die Passi wählt. Das kann er auch nicht an sein. Oh, da warst du okay. Ich dachte gleich über den Gegner. Leck. Wecklige Quest. Äh, Lady. Ah, Marno. Ah, Marno. Das war jetzt mal wieder eine epische Bewegungsfähigkeit. Nice. Leider nein, leider gar nicht. Ja, das ist quasi wie mit den Slugs bei der letzten Challenge. Oder vorletzten. Ja, das war, das war auch richtig lustig. Vor allem dann, auch glaube ich epische dabei, oder meine ich zumindest. Ne, epische war nicht, aber direkt halt in der ersten Kiste war ein grünes und ein goldes. Direkt zwei, ne? Das ist schon mal gut ausgestattet gewesen. Nein. Willst du den Colt? Äh, ja. Scheiße. Von mir auch. Der Gegner? Ja, bin gleich da. Äh, Richtung 2,10 in dem Ding drin. 2,10 in dem Ding. Kommt raus. Hopp. Leit ein Wotze sein, der trinkt ihr gemütlich. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ich liebe dieses Spiel. So. Ja, komm, lass mal rein, lass mal craften. Ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Schnippe. Scheiße auch nicht mehr so. Gegner? Ja. Bin gleich bei dir. Nein, ich dachte, ich bin nicht drüber gerannt. Ich bin doch über den Spieler gerannt. Kannst du das Ding, aber... Ach so, die Splitter. Ja, ja. Sorry. Sowieso, das haben die... Ne, das haben die auch gefixt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du... Oh, ich kriege eine Golle Axt. Sehr schön. Es ist jetzt nicht mehr so, dass du... Ähm... Der ja bei einem Kill fallen gelassen wird. Ich kriege eine Axt, sag ich gerade. Ich bin doch in der Sessica. Hier, bist du ein Schredder? Äh... Nee. Eigentlich nicht, danke. Ich habe mein vererbtes. Bräuchte jetzt eigentlich nur noch eine schöne, leckere Slug. Willst du die, ähm... Willst du noch mal einen Trank haben oder zwei? Ähm... Einen kannst du ja auch. Mal gucken, wir können noch mal Richtung Waldsenke gehen. Wie gesagt, ich bräuchte noch einen Schluck, also wenn du noch einen Schluck findest, äh... Ich brauche auch noch einen Schluck oder einen Schnipper. Glocken, Schnipper, Brau, Speidisch. Würde ich Speidisch nehmen. Alles. Ich hätte jetzt... Ich finde das vererbt irgendwie geil. Das ist Stronk, ja. Also gerade, weil es halt einfach Frost ist, geht das schon echt gut ab. Komm, ist hier der provisorische... Der provisorische. Wüstenkämpfer. Nee, gut halt, provisorische. Ja, ich habe mich vertan mit den Worten. Sagen wir, wie es heißt, mir fällt es gerade nicht ein. Obligatorische? Ja, ja, klar, obligatorisch. Du bist auch so provisorisch-obligatorisch. Und in der Spiegel ein Gegner mindestens, ich gehe von oben ran. Ist unter mir. Ein... Assa, da hinten auch, unter dir. Ein Huhn, einer down. Geht von hinten rum. Ja. Du hattest hier Heelpot genommen. Komm hoch. Dann müsst ihr über mir sein. Ja, ja. Ja, ich bin Huhn. Alter Schwede, da hat er mich weggepickt. Genau um die Ecke geguckt. Ich kam rein und bin so in den Schallstab reingelaufen. Ich bin hier hoch. Da müsste aber genug Spitter liegen, um mich hochzuholen. Ich bin hier hochzuholen. Boah, war das schlecht. Boah, war das schlecht. Wait, was ist der Glückwunsch? Fixing my armor. Ich hab' da ne andere Waffe nochmal nach. als hallo bewegungsfähigkeit ist halt schon echt also zahlen oder die kleine und dann das wird nicht rausgekriegt das war ernst gemein oder wamburg was du mir schon mal direkt hochzuholen später holen ich glaube da hast du noch was anderes angemacht außer die wiederbelebung drinks weil hier sind so viele den hat floschi schon mal gekillt rechts von dir auf jeden fall noch eine und in der schmiede noch weiter ich bin in zehn sekunden wieder da ja ich kann jetzt mal eben schnell zu dir ja vier sekunden drei wartet hier auf mich sorry dude alles gut ist das der den du gerade eben schon mal gekillt hast ne ich glaube nicht muss ich direkt zu den nächsten spiel ne äh ja kannst probieren oder kann ich da dich nochmal hoch holen ich glaube nicht ich denke das ist auch ein einmal also ich hab's noch nie auch geh ich mal in den dschungel war da wo wir jetzt sehen scheiße mann wie haben wir denn noch ich bin grad verwirrt Minute 50 ärgerlich 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 ja der stab tut schon weh aber ich meine der anzeit stand halt in der tür drin konnte halt rausgucken ich bin die treppe hochgelaufen und genau in dem moment kam halt raus ja gut auf fünf meter schießt du mit dem ding nicht großartig daneben und ich glaube es gibt auch im spiel nicht großartig viel was mehr schaden macht als der scheißstab das war bei der blitzstab meine ich ne ich weiß nicht welcher stadt war keine ahnung ich weiß nicht mal wie die stäbe heißen dafür war das dieser der diese drei salven schießt dann hast du ja feuersteiner normaler steinstab tat auf jeden fall weh aber auch lustig dass da bescheid wusste dass da eine wiederbelebung gecraftet wird ich meine von der zeit her wieder wahrscheinlich vorher gesehen haben ja gut keine ahnung naja ärgerlich 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 loih wecken you alter wie viel damage macht das ding genug einfach mal beide weggefickt ey oh yeah i love this vorbeigehen quasi nexz nexz hallo wieviel hast du noch ich hab jetzt auch 26 obrechts steht sie auch oh geilen schwert okay zehn sekunden komme zurück ich hab auch also die pots die da liegen kannst du gerne nehmen ja das würde ich auch ich glaube hier lag auch noch irgendwo ne ne der hatte nur doch hier liegt noch ein vererbtes in osti aber ich glaube ich behalte es in schräder den fand ich doch ganz nice ich hab feiert das sind frost das herrte ist glaube ich immer frost gibt keine andere ne links aber gucken wir es auch noch mal ein kurz kräfte ich dann sagen wir waffe kräften ne du hast ja auch ja ja ich hab sniper und alles gut äh potz jetzt nochmal ein paar rösenpots drücken genau super 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 mein kleiner freund jetzt komm her ich glaube das ist jetzt schon die zweite oder vielleicht sogar die dritte challenge in der ich dann irgendwann gekillt wurde und du mich hoch holen musstest ja das ist halt standard bei dir ne also ja was soll ich machen die zone ist gleich am stizzle ja ich bin ready ich bin ready ready to go erstmal hier außen lang oh ich glaube ich muss gleich wieder oh Gott 14 gegner noch das ist immer noch relativ viel naja für die zone ja gut wir sind jetzt auch schon bei 10 kills also relativ intensive runde hast du eine hotel-hür-ruhne oder was geht ja sicher habe ich eine hotel-hür-ruhne ja sicher ja irgendwas musst du dann haben ne damit du ein bisschen verankommst schon keine passive rüstungsreparatur-ruhne aber dann kriege ich halt die reittür äh reittür-ruhne reittür-ruhne reittrühnen tempo wo sind jetzt die ganzen gegner jetzt bin ich da jetzt sind sie alle wieder weg aber der hat auch wieder einen lindenstab für dich der kollege da blitzgewitter starb ja super nice ich glaube der freut sich auf dich rechts von dir unten reiten rechts von mir Richtung 30 unten im tal die reiten jetzt den Berg hoch quasi gegenüber ein hätte ja ich sehe es scheiße zu tief ein hit ja ich sehe es vom Berg am von Berg haben auch noch einer runter direkt über den noch noch gegner der andere hat auch noch mit einer der andere der ist dass man ein schuss von mir gekommen ich komm zu dir ich kann mir gar nicht ich kann ein Stück näher ran ja ich reite auch ein bisschen ruhig wir müssen gleich eh in die zone hast du das ja gerade wieder ein kurzzeitig eingehen und das ist nun aber 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 aua 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 haben wir angekühlt ein 100 guter boge ohne ja immer von rechts die die pushen wahrscheinlich gleich die sind ziemlich gut die beiden wir müssen uns mal ein hohn ich komme von der seite er kommt auf dich zu auch ein hund boah alter das war knapp hast du deinen hund ist wieder mensch ist wieder ein huhn das hier ist definitiv nicht meine runde ist noch ein slag für dich vielleicht probierst du es damit alles gut das ist mal sowas fand ich meine runde ich bin auch fast draufgegangen gerade gegen den anderen asser fixing my arm dann ist immer gegner ich wahrscheinlich wieder strange da ihr keinen bock auf suicide 66 enemies to go my little bro okay nice rhyme thank you so einer oben auf der brücke richtung 30 ich noch nicht bewegt er sich ja da bewegt sich nach oben auf dem turm der er verbrückt ist auch wieder da ein treffer auf den mage also zwei mages einer turm einer brücke ne müsste mage und hunter sein hunter oben auf dem turm ich glaube das ist auch ein mage ne doch nicht hast recht aha 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 ein treffer auf den hunter hat er glück er kam gerade da zwischen dem turm und dem berg hervor ist ein mister reaktion auf gut glück mal geknallt was die timing aufgepasst die müssen auf jeden fall gleich runter kommen sondern in die richtung weil wir müssen sowieso obwohl die müssen nicht doch die müssen auch unter die müssen auf jeden fall runter wenn die zonen sollten wir gleich mal hier vorgehen die reiten richtung 15 unten im tal einer beide das war schlecht von mir geschossen das andere war schlecht von mir geschossen das andere hohen hast du ja da kommt da unten er ist unter uns der noch drinks dabei und habe ich schlecht geschossen hätte vier enemies to go ist nix mehr nix mehr gar nicht mehr nix mehr gar nichts mehr aber richtung schon war ja kommen aber die werden sich jetzt auch schon in häusern verpieseln und ist ja hier im gebüsch gegner vor mir irgendwo einer bei mir ein hohen einer da ich bin ich bin auch hier im gebüsch hinter mir her zwei gegner ab ist das ziel gewesen das sind dann nur im gebüsch hängen geblieben das sind dann nur im gebüsch hängen und dann auch im gebüsch hängen das ist halt sehr schön das ist halt sehr schön Und Danny, wie viele Kills hast du eigentlich? Oh, vier. Ganze vier. Ja, liebe Leute, wenn euch das Gaming von Danny besonders gut gefallen hat, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da oder zumindest den Daumen hoch für Danny. Die Challenge ist geschafft. No Abilities. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danny glaube ich auch. Zweimal habe ich ihn hochgeholt. Falls es euch gefallen haben sollte, wie gesagt, lasst einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Challenge am Sonntag. Bis dahin. Ciao. Ciao.